Es ist immer eine große Freude hier, diesen Spitzensport mit den Tieren in Verbindung mit dem Menschen zu beobachten. Am Sonntag, wo dann am Ende alle mit den weißen Tückern winken, wenn dieses große Turnier zu Ende ist. Ich finde immer dieses Emotionale, dieses Ruhige, dieses Konzentrierte, dieses Gepflegte, dieses Anspruchsvolle, das alles ist das, was den Pferdesport verbindet. Eine gute Küche hat immer drei Voraussetzungen. Erstens brauchen wir natürlich gute Lebensmittel. Zweitens brauchen wir gute materielle Voraussetzungen. Wir haben natürlich Hygiene bezogen, alles aus Edelstahl. Die Firma Blanco ist da hier wirklich ein Vorreiter. Wir haben die tollen Gastronomenbehälter. Wir haben auch die Wärmeschränke, die Kühlschränke. Wir haben also die ganzen Ausgabestationen, auch die Oberflächen mit Edelstahl versehen. Dass wir einfach den Gästen den Eindruck vermitteln können, dass wir hier beste Voraussetzungen haben, damit die auch wirklich hygienisch und kulinarisch auf höchstem Neu verwöhnt werden. Und dann natürlich der Koch. Der Koch muss auch Spaß haben, der Koch muss Leidenschaft mitbringen. Und am Ende sind die Kreationen der Küche mit all dem, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, das Gesamtergebnis. Ich lege ja persönlich höchsten Anspruch auf Ästhetik, auf Qualität, auf ein tolles Erscheinungsbild. Und die Firma Blanco ist genau das, was ich liebe. Das ist deutsche Wertarbeit. Das ist eine Firma, die auch insgesamt immer auf Qualität Wert gelegt hat. Gute Qualität, tolle Ästhetik, hoher Anspruch, viel Leidenschaft. Ich glaube, das ist die Voraussetzung, um Erfolg zu haben. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.